hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu minecraft low 2 ja und zwischen dieser und letzter folge habe ich einiges gemacht ich habe ender storage vorbereitet ich habe die black coaches vorbereitet und logistikspipes habe ich auch vorbereitet so dass wir jetzt einfach direkt loslegen könnten ich habe den remote order gemacht und ja dann werden wir wohl unsere ganzen items umlagern und da oben wird dann wohl ein bisschen die decke reinkommen ja gut du kriegst power junctions die black coaches kann man seitdem nicht mehr dann umsetzen tun wir mal hier hin den ich dazu kann übrigens abstellen so die kann man sich auch abbauen allerdings darf man danach nicht mehr erwarten dass noch irgendwas drin ist das war so mein kopf ist und rein bauen wir ab also leute nicht machen ich würde mich da selbst in den ausspreisen für obwohl ich das auch ein bisschen findet dass man das hier hinten tut sollte doch auch sehr schön perfekt gut dann sagen wir jetzt hier binden wir das an ans logistics system da geht es nicht von oben das ist die sache perfekt das hier ist verbunden das ist im system dann jetzt drin da könnte man jetzt ja eigentlich die schwarze und die weiße könnte man jetzt auch hier mit verbinden tatsächlich dann hier hoch und da könnte man hier sagen provider sense and stick into the network ist dann das weiße und dann das remote order ist eigentlich das hier und dann können wir jetzt hier eigentlich sagen zack connected to pipe und wir können schon darauf zugreifen wunderbar sollte jetzt alles verbunden sein sehr kompakt das ganze wie ich finde und da können wir hier noch sowieso autografen oder so hinpacken aber es ist schön wenn das so ein bisschen eingerückter ist finde ich da können die anderen was anderes hin so wie wir jetzt hier sagen nenne ich vielleicht diamanten aber als deck pflaster stein und sagen jetzt zack sehen wir es nicht warum so wir haben es connected die pipe ist dabei dass die frage brauchen wir brauchen wir einen eine request pipe so das war nicht die sache wo ich überhaupt keine ahnung mehr hatte obwohl wir die wir brauchen unbedingt eine dingens eine provider wäre doch hier falsch ne wenn wir hier die provider dran tun würden dann wäre das doch falsch oder ne das ist nicht falsch aber wenn wir jetzt hier eine provider das verwirrt mich jetzt mal irgendwie ein bisschen komisch so connected to pipe dann sehen wir das ding also wenn wir jetzt hier sagen ein request dann müsste das ja ne das ist ja sowieso das ist ja bullshit das haben wir sowieso falsch gesetzt ähm wir wollen das ja dann auslagern deswegen kommt das ja da rein vorwiegend so das kommt nämlich da gar nicht rein wenn wir das nämlich hier rein tun das hat nämlich keinen äh kein effekt wir brauchen noch jetzt eigentlich dieses ähm logistik pipe ähm wir bräuchte jetzt eigentlich dieses aber es wird kräftet oh man spielt auch ocarina schön fast spielt das ist immer toll ähm das ist bullshit ähm der gute Broccoli guy Sends a stack of items into the network on request das kann nicht sein dass ich jetzt das bin ich eine wurst gucke ich einmal wieder zurück in die alte pack folge die übrigens auch schon wieder fast ein jahr her ist also so elf monate oder zehn äh das geht ja auch gar nicht mit logistik pipes das einlagern das ist einfach mechanisch und dafür brauchen wir jetzt die factory manager das habe ich ja komplett vergessen einfach ist das ein scheiß wie konnte ich das denn jetzt vergessen klar äh steves factory so mhm das ist jetzt auch kein akt mehr äh wir dürften alle sachen haben bis auf plauster stehen hills und das war's hoffentlich 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 ein blog of redstone dann zack stein haben wir doch schon aber wir müssen hier oh fuck da das letzte rezept nehmen einen piston ähm zwei stein klar ich bin auch so eine wurst wie konnte ich das vergessen okay man merkt echt dass ich schnell wieder raus bin wahrscheinlich obwohl das jetzt aber auch wirklich jeder zuschauer wusste das jetzt wahrscheinlich die dachten sich jetzt ach was macht dieser vollidiot da der braucht doch irgendwas zum auslagen was nicht von logistik perhaps kommt aber ich war mir jetzt fest geschlossen dass es einfach so geht aber nein natürlich nicht naja war halt ein jahr her aber natürlich muss man sowas nicht vergessen wäre ganz geil ne ne man muss das nur ins system hinein befördern da wird das nämlich automatisch aktualisiert damals sagte Cedric wenn man das nicht äh über das system einfüllen lässt ähm wird das implodieren das system und dann praktisch die neuen artes gar nicht mehr wahrnehmen das ist aber falsch ähm ja unschönerweise kann man das natürlich jetzt so machen das ist wirklich kacke oh ne das kann ich nicht ver- oh na das hat eine pilztextur wie doof ähm das kann ich echt fast nicht vereinbaren dann mach ich jetzt lieber so ja so komm dann lassen wir mal hier so zack zack dann sagen wir hier mal ein bisschen drum herum so sehr schön Basalt einfach wieder hin klatschen der Boden wird eh noch anders ausgelegt da muss ich mal gucken wie ich das designtechnisch mache und der dürfte jetzt hier Trigger Input Output der kann hier sagen äh äh Intervall eine Sekunde das reicht mehr wird eh nur legen äh der soll die Enderchest nehmen und die Indie Back Coaches packen jede Sekunde so wer das nicht kennt das äh das Factory Manager System hier oben muss man einen Trigger immer machen damit das angepinkt wird so eine Aufgabe die immer täglich was täglich pfff die immer stetig regelmäßig ausgeführt wird muss man hier oben beim Trigger ist dafür wichtig dass es jede Sekunde oder wie je nachdem wie lange man wie oft man das haben möchte kann man das einstellen Input ist wo die Items sich befinden also Ort A dementsprechend auf ähm und dann auch noch die die halt zum Output sollen zum Ort B also ist halt echt relativ simpel also es ist so Programmierlogik das ist noch nicht mal eine Programmiersprache das ist einfach simple Logik man kann ja noch viel mehr in die Tiefe gehen und ähm aber eigentlich kann man dann nur feststellen von Ort A ähm zu Ort B und dann hat man eigentlich schon das äh gröbste eingestellt und jetzt kann man tatsächlich äh schon alles senden wenn das so richtig ist wie viele Minuten haben wir denn aufgenommen 5 Minuten eben ja ok äh wenn ich jetzt nämlich sage bruh ist dann das 19 Zeug drin und äh wenn wir jetzt hier mit Remote Pipe zack sehen wir die 19 Dinger oder sagen wir jetzt ähm machen wir mal so einen kleinen Test mit dem ähm mit dem Beutel dann sagen wir hier keinen Bock mehr auf Dingens und dann ist es hier drin perfekt so gut dann können wir jetzt alles alles da rein tun ja und es ist weg aber es ist eigentlich glaube ich kompakter als je zuvor und auch noch schön ähm ja Basalt haben wir jetzt nicht mehr können wir einfach hier das komplette Obsidian auch wegnehmen und das Obsidian hier ist auch entfernt also deswegen äh 7 deswegen macht das nichts und das ist dumme ist dass wir halt hier immer was Sachen rausholen müssen dafür hatte ich in Altepec 2 werden die meisten ja auch noch kennen den äh Player Interface äh vom Player Interface Mod äh allerdings ist das scheiße teuer geworden deswegen können wir uns das noch nicht leisten wir brauchen dafür einen Tesseract und jetzt ist erstmal das Lustigste das ganze äh das ganze äh das ist gar nicht so geil um ehrlich zu sein aber wir brauchen es auf jeden Fall deswegen würde ich sagen entschuldigt mich mal für ein paar Stündchen bis ich damit fertig bin ja und das ist jetzt auch geschehen tatsächlich ja 14 Seiten der Black Hole ist gefüllt mit unserem bisher gesammelten Schmaus ähm ich hoffe da fehlt nichts oder so bei den Gold Reserven ich take mal schon es hat bei Shift Click ein bisschen rumgepackt aber ich glaube das ist nicht mehr viel ähm so wir holen hier auch nochmal alles äh hervor aus dem dem werten Rucksack und was wir uns gleich auf jeden Fall verdient haben ist äh mal alle Lootbacks äh zu zu plündern die wir bisher gesammelt haben denn ich habe die meisten nicht ausgepackt um wirklich noch äh Platz zu sparen aber was hier jetzt alles mit Loot zu tun hat das werden wir uns jetzt erstmal zu Gemüte führen und äh mal gucken was da alles schönes drin ist wahrscheinlich nur Schund größtenteils aber wir nehmen alles mit alle Lootbacks und ähm gut wir fangen mit den ersten Sachen an mit den Kammern wir haben einen Titlescroll ähm Righteous Defender ich bin gerade schon jemand anderes glaube ich The Librarian nehmen wir den hier äh Steuerung rechtsklick Shows Item Titlescroll sehr geil ähm hier noch Zeug äh die Titlescroll das ist hier der Librarian hier Ancient Parcel da können Setzdinge drin sein zack zack Chromits into Dust ok haben wir nichts draus bekommen ähm sagen wir jetzt tschüss ihr Betrüger wir können auch den Rest nochmal rein tun wir lassen erstmal die die Kammern zack ja Deathblooms Phil Tin Can Creosol Bottle Bronze Boots Mini Coal das war ja alles Schmarrn gut holen wir uns die drei Ankammen hervor Bronze Obsidian bisschen Gedöns äh wieder ein bisschen äh ne Kupfer ist das ja auch wieder mit bisschen Gedöns drin ähm so aber vielleicht sollten wir vielleicht noch den OR Dictionary Converter da rein tun ich weiß ja nicht so genau der sollte ja direkt ins System gehen naja ich bin mir nicht sicher das kommt wir können wir gucken was später einfach wie sich das so ergibt Epic Loot Bags die die meisten Scheiße Scheiße drin haben Mini Charcoal TNT Card Iron Leggings und Bullshit ähm ohja wir haben ja gar keine Rüstung mehr da kommen wir auch noch zu vermutlich auch noch in dieser Folge warte mal weg mit der Scheiße ähm so Magic Mirror Fort Quarry Plus warum auch immer Nexikobotania Vibrant Alloy sehr nett zack Stargate Base okay das Ritual haben wir schon mal Iridium Shards das Division Sigil meine ich äh auch sehr geil Rare Ludwig alter die Stahlhelme sie sind überall da 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 und und block of Steal perfekt Kraft wir direkt mal zurück und sagen tschüss ihr dämlichen Kack Items so was auch wichtig ist dass wir alle Sachen die mit Steal anfangen Äh, zum Beispiel dieses Stahlschwert, die Boots, die Shears, äh, die zwei Schwerter, ähm, Darksteel ist nicht betroffen, zack, Steel Overy Busch ist auch Busch, Steel Overy, Flinted Steel, das ist ja heiß in Luft, äh, Flinted Steel, so, perfekt, die können wir nämlich alle zurück in die Schmelzerei werfen, oder nicht? Molded Steel, Crucible Furnace, äh, Molded Steel, wo kriegt man das her? Aus der Crucible Furnace nur, da, 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 ist das nur Mary Culture? Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass es nur mit Tinker Steelworks geht, weil das nämlich gar nicht, ah, schade, das war ein frommer Wunsch, da müssen wir es leider doch wieder zurückpacken, klar, das hatte ich schon mal, glaube ich, versucht, das geht nicht mehr, mit Stinker, äh, Stinker Steelworks, genau, mit Tinker Steelworks geht das, erst mal Ratzen gehen, Na wunderbar, wie sieht die Verbindung aus? Okay, daran liegt es nicht Na, okay Läuft auch alles soweit, ah, ich bin froh, dass wir das Lagerungssystem haben, da können wir auch bald dekorieren, ähm, und dann auch bald mit der Technik anfangen, mit Furzgas und so weiter Ich weiß gar nicht, was wir alles noch machen können Wir sind auf jeden Fall hier ordentlich weit gekommen Und, ähm, wir können ja mal, ja genau, diese Annieration, die mache ich definitiv raus, wenn ich das nächste Mal Glow starte Wir können mal gucken, Furzgas ist nicht teuer, vor allem, an sich Äh, 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 was wollte ich denn jetzt nachgucken? Ähm, 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 ähhh, äh, ähhh, wie teuer das Ex-Asteris wird. Genau. Das wollte ich gucken. Automatic Sith. Inva und Elektrum. Immersive Engineering. Elektrum. Was ist das ein für feiner? Es ist Silber und Gold. Ein feines Alloy. Und die sind ja echt nicht teuer. Wie viele Strings haben wir? 62 Wohl. Oh ja. Da können wir die Wolle. Oh ja. Das wird definitiv reichen. Das wird definitiv reichen. Wenn wir das nämlich zu... Oh ja. Ja, ja, ja. Zu ganz geilen Strings machen können. Dann tun wir das wieder zurück. So. Daraus ist auf jeden Fall genug. Daran wird es nicht scheitern. Weil das ist nämlich auch so eine Sache, woran es gerne mal scheitert. Elektrischer Stahl wird es wohl nicht werden. Wir können mal gucken, was wir hier mit Eisen haben. Ordentlich. Ähm. Ferris. Weil wir hier 32 von haben. Kann man aus Nickel irgendwas anderes machen, was wichtig ist. So. Also Ferris. Diese Scheiße. Braucht kein Mensch. Pulverized Metal. Nickel. Nickel. Klar. Ist ja klar. Verlandust. Nickel Plate. Brauchen wir vielleicht dafür. Aber wir... Wir wollen ja auch mit dem Ziel herangehen, dass wir... Dass wir da, ähm... Auch Profit draus machen. Deswegen glaube ich, lohnt es sich schon, die ganzen Reserven auf den Kopf zu hauen. Wir haben ja schon genug Nickel. Allerdings wird sich das auch wie wir noch lohnen. Und Gold und Silber haben wir auch relativ viel. Ähm... Zack. Perfekt. Gold kann man ja nochmal einschmelzen. Das macht ja nichts. Lava Energie ist ja echt, äh... Cheap as fuck. Ähm... Wir können auch noch den, den, äh... Den Endertank eigentlich da drunter stellen. Wenn das... Wir müssten uns da noch halt einen machen, ne? Ähm... Gut. Was brauchen wir denn noch dafür? Wir haben bestimmt noch, äh... Gold, so... Oder haben wir das ganze Gold? Das haben wir doch gerade aufgegeben, ne? Zehn haben wir noch. Äh... Wie macht man Elektrum? Dafür brauchen wir auch nur die Gears. Es ist nicht so... Ähm... Knallhart wichtig, dass wir das... Äh... Gut. Silber, Gold in 1 zu 1. Äh... Dann brauchen wir noch... Zehn Silbererz. Perfekt. Das lassen wir mal hier rumschimmeln. Das Gute ist, dass wir jetzt, ähm... Dass wir noch... Das nicht direkt ins Inventar bekommen, sondern das in diesem schönen Doppelbeutel bekommen. Weil ich hab's auch mal eingestellt, dass die doppelt groß sind. Weil der Platz war echt beschränkt. Das kommt mal zum Glück umstellen in Configs. Das ist, äh... Ich hab mal mich auf Reddit umgeguckt, was die Leute immer mal bei ihren Custom Modpics als erstes für Configdateien umstellen. Und da war das auch drin. Sehr nett, auch sehr hilfreich. Und Glow habe ich sehr gut konfigurieren können. Auch aufgrund deren Tipps und so weiter. Und es ist ein echt leckfreies Pack und es läuft optimal auf diesem 6-Giobalt-Server nur. Es freut mich einfach, ja. Gut, jetzt sind wir eigentlich auch angekommen. Ähm... Am Ende, wir wollen gerade mal gucken, wie viel, äh... Wie viel In war? 192 wieder. Das werde ich alles schön abpumpen. Mich danach auch dran begeben, dass wir ordentlich, äh... Elektrom uns, äh... Zusammen baseln können. Und dann sind wir eigentlich schon bereit für die automatische Erzfarm, wo ich allerdings überhaupt noch nicht weiß, wo die hingehört. Ich glaube, die kommt in den Nachbarraum zum Lagerungssystem hin. Aber das werden wir alles in der nächsten Folge sehen. Vielen Dank fürs Zusehen für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, let's play Minecraft Cloud 2. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Bis dahin, macht's gut und tschüss.